Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal zum Thema Zeugen Jehovas und heute mit dem Thema Ich bin doch nicht so weit. Ja, das ist eine Selbstreflexion heute zu einer Aussage, die ich hin und wieder höre. Was es damit auf sich hat, gleich mehr dazu. Als erstes die freundliche Erinnerung. Bitte, wenn euch der Kanal gefällt, dann klickt doch bitte auf den Abonniert-Button oder auf den Abonnieren-Button und vielleicht auch einen Daumen hoch und drückt auf die Glocke, dann wisst ihr gleich Bescheid, wenn es ein neues Video hier auf meinem Kanal gibt. Und schaut natürlich auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei www.betester-hilft.de Ja, wie komme ich zu dieser Aussage, zu diesem Titel, ich bin noch nicht so weit. Ja, manchmal denke ich das, manchmal wirft man mir das allerdings vor und darum geht es in dem heutigen Video. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um mich, auch wenn diese Aussage natürlich immer im Zusammenhang mit meiner Person getroffen wird. Ich erhalte hin und wieder Aussagen von Aussteigern, die dann ungefähr so klingen, naja, Tobias, dass du noch glaubst, das ist komisch nach all dem, was du bei den Zeugen Jehovas erlebt hast, nach deinem Ausstieg und so weiter, dass du noch glauben kannst. Und ja, es gab auch mal die freundliche Aussage, dass du noch so dumm bist, an Gott zu glauben. Also das ist lieb gemeint, so eine Aussage, wenn jemand sagt so, vielleicht auch, ja, vielleicht ein bisschen Mitgefühl hat und sagt so, Mensch, Tobias, ich mache mir Sorgen um dich, du bist noch nicht so weit. Wie kannst du noch an Gott glauben? Wie kannst du noch an die Bibel glauben, an dieses Märchenbuch? Hast du nicht genug von den Zeugen Jehovas? Bist du nicht damit durch? Solange du noch nicht damit durch bist, bist du halt noch nicht so weit. Und deshalb, ja, so diese Aussage im Titel, ich bin noch nicht so weit. Ich habe mir sehr viele Gedanken zu diesem Thema gemacht. Warum denn Menschen zu dieser, ja, vielleicht auf den ersten Blick liebevoll gemeinten Aussage kommen? Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, dass jemand zu euch sagt, naja, du bist ausgestiegen, du beschäftigst dich noch mit der Bibel, du beschäftigst dich noch mit dem Thema Glaube, bist du nicht geheilt? Oder solange du das nicht überwunden hast, wirst du nicht wirklich frei sein? Auch so eine Aussage, die ich häufig bekomme. Oder eine Aussage manchmal, naja, wenn du die Liebe erfahren hast, also die Liebe ist alles, was du brauchst, darüber hinaus brauchst du nichts. Und wenn du noch an Gott glaubst und die Bibel, dann bist du halt noch nicht so weit. Es gibt viele solche Aussagen, die ich in Facebook-Gruppen bekommen habe, die ich als persönliche Nachrichten auch bekommen habe. Ich habe mit Menschen auch hin und wieder mal telefoniert. Manche wollten mich einspannen für irgendwelche Aussteigerorganisationen und stellten dann fest, naja, der Tobias, der glaubt ja irgendwie an Gott. Das passt nicht zu uns und der kann da nicht mitmachen, weil wir wollen ja Aussteigern helfen, sich zu lösen von Religion und von Gott, weil wir haben ja genug damit erlebt. Ich kann das auf der einen Seite, kann ich es durchaus nachvollziehen und verstehen, solche Aussagen, wenn jemand sagt, naja, komm mal nicht vom Regen in die Traufe. Und das ist übrigens nicht damit gemeint, wenn ich in diesem Video über dieses Thema spreche. Ich bin sehr wohl der Meinung, ja, wenn man all das durchgemacht hat, wenn man all das erlebt hat, wie viele von euch oder wie ich auch erlebt habe, mit der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas, mit dieser enge, mit dieser engen Dogmatik, mit dieser engen Lehre, dann ist es sehr wichtig, dass man halt nicht vom Regen in die Traufe kommt. Da bin ich völlig gleicher Meinung mit vielen anderen auch, die sagen, Mensch, begib dich nicht wieder in irgendwelche Abhängigkeiten, begib dich nicht wieder in die Fänge einer Organisation, wo du eigentlich nur Menschen dienst und Menschen folgst. Bin ich völlig d'accord, finde ich einen wichtigen Gedanken und wenn der so gemeint ist, dann finde ich es auch gut. Also das finde ich dann gut, wenn es so gemeint ist. Ich behaupte aber, dass viele das halt nicht so gut meinen, sondern dass da ein bisschen etwas anderes dahinter steckt. Und wie gesagt, es geht mir nicht um mich persönlich, sondern es geht mir um eine gesunde Selbstreflexion, die für viele wichtig ist, die halt aussteigen, die ausgestiegen sind und überhaupt für Menschen wichtig ist. Also egal, ob sie mit Zeugen Jehovas mal zu tun hatten oder nicht, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für Menschen, dass sie in der Lage sind zu reflektieren, reflektiert zu denken, kritisch zu denken, Kritik zu äußern, Kritik auszuhalten, kritische Gespräche zu führen, vielleicht auch Streitgespräche zu führen. Das ist, finde ich, alles sehr, sehr wichtig und vielleicht ist uns das als Zeugen Jehovas ein bisschen aberzogen worden. Ich habe eine interessante Aussage gefunden von einem Menschen, der übrigens nicht an Gott glaubt, einem Atheisten, einem sehr bekannten Politiker, nämlich Gregor Gysi. Gregor Gysi hat vor einiger Zeit gesagt, oder vor kurzem sogar erst, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Das finde ich eine sehr interessante Aussage von jemandem, der wirklich nicht an Gott glaubt, ein Atheist ist, ganz andere Überzeugungen hat und hergeht und sagt, naja, man darf das nicht alles verteufeln mit Gott und mit der Religion und mit dem Glauben, weil natürlich viel Gutes gestiftet wird durch Religion und Glauben. Das finde ich erstmal eine sehr tolerante Aussage, die er dort tätigt. Auch wenn er das selbst nicht kann oder nicht möchte oder wie auch immer an Gott zu glauben, finde ich das eine sehr respektvolle Aussage, zu sagen, naja, da ist wohl irgendwie auch was dran an dieser, ja, an den Moralvorstellungen, die christlich geprägt sind, die von Gott geprägt sind und so weiter, da ist wohl irgendwas dran. Und bitte lasst mal das außen vor, sage ich mal, Moral und Kirche, ja, passt nicht immer zusammen, bin ich völlig eurer Meinung, auch wenn ihr das gerade denkt. Aber er hat hier mit dieser Aussage halt gemeint, naja, eine Gesellschaft ohne Gott, da würde er sich fürchten. Das heißt, es hat wohl irgendetwas Gutes, auch wenn er es sich selbst vielleicht nicht erklären kann. Also eine sehr kluge Aussage von diesem Mann, von Gregor Gysi. Und ich glaube, die Gefahr in dieser Aussage, wenn mir jemand gegenüber sagt oder euch gegenüber jemand sagt, naja, ihr seid noch nicht so weit, wenn ihr an Gott glaubt, ist, dass man vielleicht selbst Dinge irgendwie noch nicht richtig reflektiert hat. Also ich lade denjenigen, der so eine Aussage tätigt, mal dazu ein, sich wirklich selbst zu reflektieren, warum er diese Aussage trifft. Ich glaube, dass wir als Zeugen Jehovas die Idee davon hatten, dass wir besser sind. Also ich glaube schon, dass das ein gemeinschaftliches Gefühl war, was auch bewusst gestärkt wurde auf Kongressen und Literatur, zu sagen, wir sind etwas Besseres als Zeugen Jehovas. Wir sind, wir haben die Wahrheit. Wir wissen, wie die Bibel richtig auszulegen ist. Wir haben Antworten auf die Fragen des Lebens und wir sind besser als die da draußen, die ja auch gern mal als Weltmenschen bezeichnet wurden. Also da war es ein kollektives, ein gemeinschaftliches, gemeinschaftliches, wir sind besser. Und die Gefahr, die ich in so einer Aussage sehe, von Aussteigern, die dann sagen, naja, ihr seid halt noch nicht so weit, wenn ihr noch an Gott glaubt, ist, dass man vom wir sind besser hingeht zum ich bin besser. Da sehe ich die Gefahr drin, in so einer Aussage, dass man vom, ja, von diesem gemeinschaftlichen Gefühl, wir als Zeugen Jehovas sind besser, nun als Aussteiger das Gefühl hat, ich bin besser. Ich habe den Durchblick, ich weiß irgendetwas besser als die anderen. Und ich glaube, dass das eine große Gefahr ist, dieses Denken. Wenn man so denkt und glaubt, dass man jetzt, ja, dass man jetzt sozusagen eine eigene Wahrheit gefunden hat, dann glaube ich, fehlt es tatsächlich noch ein bisschen an Selbstreflexion und man kommt dann tatsächlich vom Regen in die Traufe. Wenn man auch nicht mehr einer Organisation angehört, aber man entwickelt so eine eigene Ideologie und denkt so, ich bin besser. Übrigens auch, gibt es das unter solchen, die vielleicht auch noch gläubig sind, aussteigen und gläubig sind und sagen, ich bin losgelöst von Religion, Gemeinde, Kirche und so weiter, was übrigens, bitte schön, jeder selbst entscheiden darf, aber der ein oder andere, der dann in seinem Kämmerlein sitzt, die Bibel für sich alleine liest und dann hergeht und sagt, naja, ich habe die richtige Auslegung jetzt gefunden, kommt halt auch von diesem wir sind besser zum ich sind besser. Eine sehr große Gefahr, wie ich finde, dass man sich als etwas Besseres fühlt. und diese Gefahr ist vielleicht immer da, also ich denke mal, auch ich persönlich bin nicht davor gefeilt, herzugehen und zu denken, dass ich in irgendeiner Form etwas besser weiß als andere. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass ich etwas besser weiß, sage ich meinen Kindern auch gerne, manchmal habe ich aber auch Unrecht, ja, so und es geht gar nicht so sehr übrigens darum, Recht zu haben. Wenn ich eine Sache gelernt habe bei meinem Ausstieg, ist es die, dass es sehr entspannend sein kann, nicht mehr Recht zu haben. Also, Punkt Nummer 1, vom wir sind besser zum ich bin besser, große Gefahr in dieser Aussage, wenn mir jemand vorwirft, naja, du bist halt noch nicht so weit. mir persönlich hilft der liebevolle Blick oder die liebevolle Brille Gottes, hilft mir persönlich übrigens tolerant zu sein, weil ich glaube, dass Gott selbst halt auch jemand ist, der extremst tolerant ist. Also Gott ist so tolerant, es steht ja auch in der Bibel, er lässt die Sonne über die scheinen, die an ihn glauben und auch über die, die nicht an ihn glauben. Also das ist, der geht ja auch nicht her und sagt, also ihr glaubt nicht, ihr kommt gleich mal da, wo es hin, wo es dunkel ist. So ist Gott nicht. Also Gott hält die Arme offen und von daher ist er tolerant, also ein Beispiel an Toleranz ist Gott selbst. Jesus übrigens selbst auch, er war extremst tolerant, so tolerant, dass die religiösen Führer seiner Zeit gedacht haben, meine Güte, dieser Jesus, mit wem der sich alles abgibt, wie tolerant, der das Gesetz auslegt und so weiter, das geht ja gar nicht. Und lasst uns mal kurz über diesen Begriff Toleranz sprechen. Was ist eigentlich Toleranz? Weil ich glaube, das ist genau dieser wichtige Punkt auch, der hier wichtig ist in dieser Frage, ja, wie weit ist man nach seinem Ausstieg? Ich habe eine Definition gefunden zu dem Wort Toleranz. Toleranz heißt es, als sozialethischer und philosophischer Begriff ist, das Gewährenlassen und Geltenlassen anderer oder fremder Überzeugungen. Dann geht es noch ein Stück weiter. Also wenn man das sich anschaut, die Definition von Toleranz ist, ein Gewährenlassen und Geltenlassen anderer oder fremder Überzeugungen. Also das, das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also zwei Wörter hier, anderer und fremder Überzeugungen. Also wenn ich allein diese Worte nehme, andere und fremde Überzeugungen und dann, was der Vorstand gewähren lassen oder gelten lassen, sogar gelten lassen. Also gewähren lassen ist ja das eine, das andere ist noch gelten lassen. Ich glaube, dass wir das als Zeugen Jehovas, wenn wir diesen Begriff so definieren, nicht hinbekommen haben. Also andere Meinungen überzeugen, gewähren lassen und sogar gelten lassen. Das ist schon krass. Also das ist die Definition von Toleranz. Jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, wie kriegen wir das denn hin? Also zum Beispiel auch wenn wir so geprägt waren als Aussteiger, ja, diesen Begriff von Toleranz halt nicht so zu leben, wenn wir also nicht tolerant waren im Sinne von ich kann das gelten lassen, was der andere glaubt, was der andere denkt, was der andere fühlt, wovon er überzeugt ist, wie können wir das denn lernen, das hinzubekommen? Oder warum haben wir es nicht hinbekommen als Zeugen Jehovas? Für mich persönlich, wenn ich mal darüber nachdenke, ist es, naja, wenn man sich von Dingen trennt oder wenn man da eine Mauer aufbaut zwischen Dingen, die anders sind, andere Überzeugungen und so weiter, dann ist es diese Mauer, die einen davon abhält, tolerant zu sein. Das heißt, wie kann man denn diese Mauer jetzt abbauen? Naja, diese Mauer abbauen kann man nur, indem man sich mit anderen Überzeugungen, mit anderen Menschen, mit anderen Sitten, mit anderen Bräuchen, mit anderen Überzeugungen auseinandersetzt. Was heißt auseinandersetzen? In erster Linie heißt es für mich kennenlernen. Kennenlernen. Und das ist meine Einladung an dich, wenn du ein Aussteiger bist oder wenn du im Ausstieg bist oder dich lösen möchtest von den Zeugen Jehovas, mach die Augen ganz weit auf, mach dein Herz ganz weit auf, versuche Dinge, Menschen, Überzeugungen, fremde Überzeugungen, fremde Lebensstile und so weiter, versuch sie kennen zu lernen. Vielleicht haben wir ein bisschen Berührungsängste mit der einen oder anderen Sache, wo wir sagen, oh, da habe ich große Berührungsängste, weil ich immer irgendwie was anderes geglaubt habe, weil ich immer gewarnt wurde vor einer Überzeugung für Personen und so weiter und deshalb habe ich Berührungsängste. Zum Beispiel, vielleicht habe ich Berührungsängste mit einer gewissen Denomination. Dass ich sage so, Babylon, die Große, das war die Mauer und jetzt habe ich vielleicht die Schwierigkeit da über diese Mauer hinüber zu steigen und zu sagen, ich will die mal kennenlernen. Es ist allerdings der einzige Weg, tolerant zu sein gegenüber diesen Menschen, indem man sie kennenlernt. Anders geht es nicht. Kennenlernen heißt übrigens nicht nur lesen darüber, sondern kennenlernen, wirklich diese Menschen kennen zu lernen. Oder andere Beispiele, wo ich sage so, okay, da lebt jemand eine Form, ein Leben, wo ich sage so, das ist mir völlig fremd, da kann ich nichts mit anfangen, dann lade ich auch dazu ein, das mal kennen zu lernen, denjenigen kennenzulernen. Jemand glaubt etwas ganz anderes, jemand hat eine ganz andere Überzeugung. Übrigens auch die Überzeugung zum Beispiel, atheistisch zu sein. Ja, steigt mal über diese Mauer hinüber und versucht, diese Menschen wenigstens kennen zu lernen, diese Überzeugung kennen zu lernen. Also dieses Kennenlernen, das ist der Schlüssel zu Toleranz und kennenlernen, etwas kennenlernen, gerade etwas kennenlernen, was neu ist, ist extremst schwer. Ja, wir haben als Menschen Angst vor Dingen, die anders sind und fremd. Das ist so. Wir haben Angst vor Dingen, die anders sind und fremd. Dinge, die wir nicht kennen, die wir nicht gewohnt waren und deshalb ist das Einzige, was hilft, kennenlernen. Und das ist eine große Chance, die wir nun als Aussteiger haben, wenn wir uns frei gemacht haben. Das ist das Schöne an dieser Freiheit, an dieser christlichen Freiheit vielleicht auch herzugehen und zu sagen, ich bin frei, über diese Mauern zu steigen und Dinge und Menschen kennenzulernen. Mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, über den Teller heranzuschauen, Menschen, Überzeugung, Dinge einfach mal kennenzulernen. Und das ist so groß großartig. Und das ist das, was ich bei vielen Aussteigern beobachte, dieses wie ein kleines Kind die Welt neu zu entdecken, neue Dinge zu lesen, neue Filme sich anzuschauen, mit ganz anderen Menschen zu sprechen, in ganz andere Kreise sich hinein zu bewegen und in Kontakt zu kommen mit anderen Überzeugungen und so weiter. Wie Menschen aufblühen dabei, da mal über diese Mauer hinüber zu schauen und so etwas mal kennenzulernen. Übrigens eine Möglichkeit über solche Mauern hinweg zu klettern war zum Beispiel unsere Bethesda-Konferenz vor einigen Tagen, jetzt glaube ich schon wieder zwei Wochen her in Hamburg, wo Aussteiger vielleicht auch sehr vorsichtig erstmal über diese Mauer rüber geschaut haben, um zu schauen, was ist denn da, was gibt es denn da noch zu entdecken, wenn es um Glaube geht, wenn es um Überzeugung geht, wenn es um Philosophie geht, wenn es um Menschen geht, wenn es vielleicht auch um andere Denominationen geht und ich habe so viel Feedback bekommen von denen, die da dabei waren, vielleicht wenn du, der du hier zuschaust, auch dabei warst, vielleicht kannst du ein kurzes Feedback hier runterschreiben in die Kommentare, damit die anderen vielleicht auch verstehen, was ich damit meine. Also das ist großartig, diese Möglichkeit, die neu gewonnene Freiheit so zu nutzen, dass man sich einander kennenlernt. Also kennenlernen ist der Schlüssel zu Toleranz und Toleranz, haben wir gesagt, kommt daher, dass wir andere oder fremde Überzeugungen gewähren lassen und gelten lassen. Also gerade dieses Zweite, dieses gelten lassen, ich glaube, das ist schwer, also mir persönlich fällt es auch manchmal schwer, Dinge einfach gelten zu lassen, zu sagen, okay, ich bin anderer Meinung, aber kann sein und wahrscheinlich hast du gute Gründe, das so und so zu glauben oder dein Leben so und so zu führen. Also, bist du offen für Neues? Das wäre die Frage an dich. Also wenn du sagst, naja, du bist noch nicht so weit, dann frage ich dich, okay, bist du offen für Neues? Bist du offen dafür, dich auf etwas einzulassen, was du selbst noch nicht kennst? Zum Beispiel Menschen, die glauben, die weiter glauben nach ihrem Ausstieg, Menschen, die glauben außerhalb dieser Religionsgemeinschaft der Zeugen. Bist du bereit, dich damit auseinanderzusetzen? Übrigens, es ist nett gemeint, wenn jemand mit so einer Art von Toleranz kommt, der sagt, ja, ich akzeptiere ja alle, aber oder, ja, jeder kann ja glauben, was er will, aber na, so merkst du selber schon dieses Wort, aber deutet für mich schon wieder darauf hin, dass es halt doch nicht uneingeschränkt tolerant ist. Uneingeschränkt tolerant heißt, ich lasse Dinge stehen, auch wenn für mich ich herausgefunden habe, dass das so nicht ist, dass ich es anders empfinde, anders glaube. Also dafür werbe ich. Ich werbe dafür, für einen toleranten Umgang unter den Aussteigern bei den Zeugen Jehovas. Viele hatten es schwer genug, dort rauszukommen, wirklich schwer genug, dort rauszukommen und haben immer noch nach Jahren teilweise daran zu knabbern, es ist kontraproduktiv und es tut nicht gut, wenn man dann noch von anderen Aussteigern den Zeigefinger zu spüren bekommt und gesagt bekommt hier, ich habe eine Wahrheit 2.0. Das ist nämlich die große Gefahr, dass man dann tatsächlich vom Regen in die Traufe kommt und zwar in der Form, wie ich sagte, vom Wir sind besser zum Ich sind besser und ich hoffe, ich hoffe, dass dieses Video so ein bisschen animiert mal darüber nachzudenken, zu reflektieren und dass dieses Video dazu führt, dass vor allem auch unter den Aussteigern mehr Toleranz herrscht und ein Miteinander und ein Nebeneinander und auch ein, ja wie heißt es so schön bei der Toleranz, ein Umgang in Form von andere und fremde Überzeugung einfach stehen lassen, gewähren lassen, gelten lassen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk für alle, die bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen sind. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf unsere Webseite, wenn du sagst, ich möchte gern ein Gespräch haben mit einem aus unserem Gesprächsteam und möchte gern mal ein paar Sachen reflektieren, möchte vielleicht so ein bisschen Zuspruch haben, möchte gern mal mit jemandem über alles mögliche reden, über meinen Ausstieg und so weiter, dann fühl dich frei, geh auf unsere Webseite, dort gibt es einen Button Gespräch anfordern, dort kannst du ein Gespräch anfordern, wirst du zurückgerufen und dann kannst du mit einem aus unserem Team sprechen, über welches Thema dich auch immer bezüglich des Ausstiegs bei Zeugen Jehovas beschäftigt. Ansonsten findest du dort natürlich auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, in welcher Form auch immer und zum Schluss sei noch gesagt, gerne auch hier den Abonnieren-Button drücken, damit hilfst du, dass diese Videos hier auf YouTube noch bekannter werden. Bleib mir zum Schluss zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lass gerne unten einen Kommentar da, schreib vielleicht mal in den Kommentaren rein, wenn du bei der Bethesda-Konferenz warst, wie dir das gefallen hat und schreib auch gerne mal rein, wie du das siehst mit der Toleranz und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer wünsche ich euch und dir, Gottes Segen, mach's gut.